Ich freue mich sehr den Award, also ich habe so verliert, mich entgegenzunehmen, trotz des speziellen Umständen. Aber ich freue mich auch umso mehr auf die Kony-Saison, um mit nichts für die nächsten Titel zu kämpfen zu können. Ja, ich möchte euch sagen, bis bald! Youngster of the Year! Ich freue mich riesig, dass ich den Award für Youngster of the Year entgegennehmen für diese Saison. Und das motiviert mich und pusht mich natürlich auch für die kommende Saison, dass ich meine Leistungen steigern kann. Ausserdem will ich mich noch bei allen ganz herzlich bedanken, die mich immer unterstützen und an mich glauben. Und bleibe gesund! Peace! See you next season! friendscape